Was ist die Krise der Alternativmedizin? Zumindest in ökonomischer Hinsicht scheint es nicht der Fall zu sein, dass der Sektor der Alternativmedizin profitiert hat durch die Krise. Es zeichnet sich ab, dass der Absatz von alternativmedizinischen Arzneimitteln im Jahr 2020 sogar zurückgegangen ist. Was man aber sagen kann, ist, dass durch die Krise die bestehenden Gräben zwischen Vertretern von Alternativmedizin und Vertretern etablierter Medizin sichtbarer und tiefer geworden sind. Diejenigen Menschen, die eh schon skeptisch gegenüber der Wissenschaft und allgemein kritisch gegenüber dem Regierungshandeln waren, fühlen sich durch die unübersichtliche Lage der Krise bestätigt und werden schärfer in ihrer Rhetorik, etwa auch in Bezug auf Impfung. Dass es diesen Zusammenhang gibt, konnte in der Tat durch psychologische Studien bestätigt werden. Menschen mit einer höheren Verschwörungsmentalität neigen auch eher dazu, zu Alternativmedizin zu befürworten und im Umkehrschluss auch eher dazu, konventionelle Behandlungsmethoden abzulehnen. Was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass alle Befürworter von Alternativmedizin gleichzeitig Verschwörungstheoretiker sind. Die häufigste Rechtfertigungsfigur bezieht sich so auf persönliche Evidenzerfahrung. Ich habe ja selbst erlebt, dass es gewirkt hat, heißt es da. Und wer oder was heilt, hat schließlich recht. Eine weitere Argumentation, die man häufig antrifft, besagt, dass die Studien der evidenzbasierten Medizin so dem ganzheitlichen Ansatz der Alternativmedizin nicht gerecht werden könnten. Dass also schon die Art der Versuche untergraben würde, was an der Alternativmedizin eigentlich wirksam ist, nämlich eine komplexe ganzheitliche Intervention. Nein, eher nicht. Es ist natürlich immer schwierig, nicht von etwas auszugehen, was man vermeintlich mit eigenen Augen gesehen hat oder mit dem eigenen Körper gespürt hat. Und dagegen steht dann Expertenwissen, dem man einfach so vertrauen soll. Trotzdem ist es natürlich hochproblematisch, hier von den eigenen Sinnerfahrungen auszugehen, weil dann einfach der Vergleichswert fehlt. Man weiß ja nicht, wie sich die Krankheit entwickelt hätte mit einer anderen Behandlung oder ganz ohne Behandlung. Was den zweiten Punkt angeht, so mag es teilweise schwieriger sein, die Wirksamkeit so umfassender alternativmedizinischer Intervention zu testen. Das bedeutet aber nicht, dass es prinzipiell ausgeschlossen ist. In sogenannten pragmatischen Studien kann man durchaus auch komplexere Behandlungsmethoden testen, ohne dass dabei die Isolierung einzelner kausaler Mechanismen im Vordergrund stünde. In gewisser Weise sollte daher die evidenzbasierte Medizin sogar eigentlich der Freund der Alternativmedizin sein, weil sie ja gerade angetreten ist, die Medizin so radikal zu empirisieren und weniger abhängig von Theorie zu machen. Gleichzeitig muss man aber vielleicht auch noch sagen, dass auch die kontrollierten, randomisierten Studien, die das Beste sind, was wir haben, anfällig sind für viele Arten der Verzerrung. Es gibt daher eine wachsende Anzahl von Medizinphilosophen, die ein Medical Nihilism vertreten. Das heißt, da zu sagen, erstmal grundsätzlich skeptisch zu sein in Bezug auf die Wirksamkeit medizinischer Interventionen. Trotzdem gäbe es aber immer wieder einzelne sogenannte Magic Bullets wie Penicillin, Insulin und auch viele Impfungen, die auf geradezu wundersame Art und Weise so spezifisch und effektiv sind. Und daher scheint gerade die weitverbreitete Impfskepsis nicht angemessen. Und das bezieht sich wohl auch auf die Corona-Impfung.